Ja, Marc Wieser hat das 1 zu 0 gemacht, dann in Rückstand gerade ausgeglichen und in der Overtime verloren. Einen bitteren Abend oder einen schönen Abend als bester Spieler? Ich finde, wir haben gut gespielt, wir haben uns wieder zurückgekämpft. Es ist unglaublich, wenn wir immer wieder zurückkommen. Sicher haben wir ein wenig Glück gehabt mit den Powerplays, aber das müssen wir auch zuerst noch ausnutzen, das haben wir gemacht. Und schlussendlich den Punkt auch verdient, ja. In der Overtime habt ihr den Goalie ausgewechselt, habt ihr den Rahmen übergekommen. Ist das ein gesundes, bitterer Augenblick, weil man den Goalie ausgewechselt hat? Ja gut, jetzt haben wir viermal die Penalty-Schüsse verloren. Jetzt haben wir gedacht, jetzt probieren wir es mal, 3 gegen 3 mal den Goalie rausnehmen. Also wir haben es eigentlich gewusst. Alle haben es gewusst, dass wir den Goalie rausnehmen. Du darfst natürlich den Pöck nicht so einfach verlieren, musst ihn halten. Ja, es war ein Pech, sie hatten einen guten Konter. Ja, es sieht jetzt dumm aus, aber es konnte auch anders ausgehen. Danke vielmals.